Nervöse Recruit? Ja, also bis auf das, dass ich zwei Zivilisten schon auf dem Gewissen habe, ist das eigentlich eh ganz gut. Aber ich sage nur eins, entweder man ist ready or not. Ja, eh. Weil bei diesen Einzivilisten ist es wirklich ein typisches Beispiel. Wenn da einer steht, schon angelegt mit einer Schrot oder so, wäre ich tot gewesen. Außer du hättest so schnell reagiert wie du jetzt, ja. Aber wie gesagt, 50-50 schaust dann. Das heißt, wiederbeleben kann man den Teammate nicht? Im Einzelspiel kannst du niemanden wiederbeleben. Du kannst auch nicht wiederbelebt werden. Wie das im Mehrspieler ist, ich denke mal Tod ist Tod. Wäre realistisch. So. Willst du mal folgen? Ja. Bist du aber das ist ein geiles Gewirr. Ich schaue jetzt nur kurz auf die Karte nochmal. Okay. Bin hinter dir. Das ist der Fronteingang, glaube ich. Schau nochmal kurz. Da sieht man nicht, wo man ist gerade, gell? Nein. Kamera. Oh, da gibt es eine Kamera. Geil. Ja, die Kamera vom anderen kannst du quasi einschalten, dass du immer siehst, was der andere macht. Ah, okay. Auf Air zum Beispiel kann ich jetzt, sehe ich jetzt, wo du hinschaust. Auf diese Kopfkamera dann. Da vorne steht einer. Genau, geradeaus. Ja. Ich glaube, er hat eine Waffe gezogen. Er hat eine Waffe gezogen. Er ballert auf mich. Seht ich gar nicht, aber. Bin hinter dir. Das nimm du weg. Vorsicht, zweiter Stock auch, gell? Wow. Bist du oben jetzt? Nein, ich bin noch immer hinter dir. Ich weiß nicht, haben wir den bei dem Aufgang? Oder ist das ganz rauf? Okay. Und dann hast du? Ich gehe mal links bei dir vorbei. Ja. Wow, ich bin fast komplett rot. Wie kann man gleich die Kamerasicht wieder ausschalten von demjenigen? Ähm. T halten, es schließen. Steht ja in der Kamera. Ah, T. Uh. Jetzt war es ein bisschen lost. Ich gehe in die andere Richtung rauf. Ja. Ja, den habe ich erwischt. Sehr stark. Ich höre Stimmen bei mir. Da ist dann noch ein Stock über uns, gell? Ja, ich habe das O-Main-Visier bei mir. Ich bei mir auch. Das ist eine offene Tür. Ja, warte, ich versuche anzuschielen. Dort habe ich auch Stimmen gehört. Copy. EMTs und Trailers are standing by. Warte mal, bleib mal da. Geht schon. Oh, was war das jetzt? Ich habe den Blendenkanat reingeworfen. Ah, okay. Ist das jemand? Ja, links. Rechts war auch wer. Rechts könnte eine Geisel sein. Das ist generell so eine schade Situation, als ob du das rechts offen hast. Ja. Rechts ist auf jeden Fall eine Geisel mal. Ich weiß gar nicht, ob noch was drin ist. Da ist auch einer. Oh, jetzt haben wir die Schocken. Sehr stark aber gemacht bis jetzt. Ich finde, das ist auch ein gewisser Nervenkitzel. Der Raum ist auch sicher. Gehen wir jetzt die Geisel? Wir könnten nochmal die fragen, ob die unseren Server starten könnten. Ja, ich gebe dir Deckung da. Wie meinst du fragen? Na, du hast ja schon, wie viele Server die da haben. Ach so. Dafür, dafür schauen wir mal. Seht durch die Präne durch. Schauen wir mal kurz weg. So, da geht es auf jeden Fall an seine Tür offen. Ich habe Stehen wir noch wo gehört. Wie viele Stöcke gibt es denn da? Dann nochmal rauf dann, ja. Genau. Das müsste eigentlich nochmal rauf. Unten, unten. Oh, fuck. Falsche Richtung, würde ich sagen. Wo ist der bitte? Link, dringend. Du stehst da. Ach da. Du hast ihn geblendet. Dann hat er die Waffe fallen gelassen. Ach so. Du hättest ja verhaften können jetzt. Dann ist das Problem jetzt Minuspunkte. Nein, nein, aber... Aber es wäre eine Option gewesen, ihn jetzt zu verhaften. Weil es gibt ja... Es gibt dann zum Beispiel, so wie du den Marktleiter finden musst, gibt es auch Aufgaben, wo du den verhaften solltest, ja. Was heißt, du musstest ihn dann zwingen? Der Raum war schon sicher, den habe ich schon. Okay. Oben. Ja, jetzt konnte ich mich nicht mehr zurückziehen. Zwei Stunden zu sehr angehittet. Vielleicht wäre dort, wo du warst, besser rauf zu gehen. War das raufgegangen noch? Ja, darum sind wir ja dort raufgegangen. Wollte raufgehen und dann würde ich anschlossen von links. Ach so, ich dachte, okay, das war dann dumm. Ich wollte eigentlich auf den oberen Ausgang, also auf die oberen Treppen schauen, ob er nach runter kommt, aber er war da unten. Aber irgendwas mache ich falsch, jetzt bin ich wieder da draußen. Bei dir steht In-A-Mission. Was hast du gedrückt? Eben, bei dem Missionsbriefing links. Verlassen. Ja eben, dann hast du verlassen gedrückt. Ich kann ja auf nochmal starten drücken. Ach so. Ach so, dann sind wir jedes Mal draußen dann. Dann muss ich jetzt auch draußen. Du kannst doch joinen dann, oder? Na, es steht in der Mission. Du musst erst raus, dann kann ich joinen. Na, na. Bist du schon draußen? Na, es ist haunted. ok steht du bist im haupt gut ich kann trotzdem nicht scheuen jetzt bin ich im hauptmann jetzt geht es ich muss sagen macht macht spaß das taktische es hat was ist es nicht so dass oft action reichste bei der tankstelle es ging eigentlich dann ziemlich flott aber es gibt dann immer sachen auf die du immer mehr achten muss dann steigert sich halt jetzt von mission zu mission einmal am anfang und dann ab der fünften mission geht es dann auf das alles was gibt eigentlich vorberatet das war ein taktischer fehler von mir dann dann macht er nichts also soll ich wieder ok ich gehe wieder hinten ab wo man da nicht auch star vielleicht drauf kann ich gehe mal darauf ja oder da gibt es seelndrisch weiter da ist er mir sicher ich glaube da ist ein schrol in der hand gehabt oder ja aber der ist seelndrisch runtergegangen da wäre es raufgegangen ok machen wir jetzt erst den stock oder ja sterb oder da ich höre es zu links sicher haben wir nichts polize get down please over here we need help we're hands now turn around slowly ich fahr auf der garderoin da ist auf jeden fall dann draußen ich schätze mal gegenüber mit an der wand abend hast den ja ist ja nice ich schau mal da durch die tür ja oder ich schau mal da durch die tür was ich weiß was man dir eintreten kann ja du kannst dir eintreten manche sind versperrt dann kannst du sie nur mit auftreten ich wollte es ehrlich nochmal öffnen da geht einer ich habe jetzt nicht gesehen ob er eine waffe gezogen hat oder nicht nein ich glaube er hat sich hingehen ja er hat sich hin ja oben oben rechts oben rechts oh ich fahr auf der Stelle aber ich muss Blutung stoppen ich habe mir schon gedacht ich soll nicht hingehen wenn ich zu ihm gehen wir da jetzt gleich rauf oder ja ich bin nicht sicher ob ich ihn habe ich habe auf ein weisses Hemd geschossen zum Beispiel jetzt war ich mir auch nicht sicher ob es ein Zivilist ist oder nicht aber ich dachte jetzt bevor er schieß schieß ich ja ja bist du links oder rechts rauf gegangen ich bin jetzt links rauf gegangen also nein rechts entschuldigung weil rückwärts bin ich rauf gegangen bin ich eine andere Seite ja und dann können wir uns gegenseitig abdecken auf der anderen Seite sind wir frei ich habe Clios da ist eine Tür rechts von dir ich weiß nicht ich glaube aber ich kann man durch die Tür spähen ja meine Tür ist nicht offen ja meine Tür ist nicht offen Entry Team to talk Suspect is deceased und Dietrich ich spier auf ja aber durchgestatt habe ich jetzt nicht durchgestatt habe ich jetzt nicht durchgestatt ist ganz unten am Boden ach so gut jetzt habe ich einen offen ok da ist einer der hat uns aber gesehen ja was ich dir auch empfehlen kann dann Tür neben der Seite aufmachen ist das schön geht links rein gleich ja schau da musst du reinkommen das ist so lustig ich finde diese Details oft schau ja das Lego da oder eine Fresspflanze hey da ist er durch da ist er vorbeigelaufen hast du gesehen nein der ist von draußen rein einfach durch dann schauen wir uns da noch um ja irgendwo nach links gelaufen aber friendly fire ja vorsicht links im Gang ja hast du ich weiß nicht du musst Blutung stoppen aber das ist was ich rausgehe ja das sind jetzt viele Schüsse ich sehe aber keine jetzt ich sehe aber keinen jetzt du tot ok dann gibt es hier glaube ich keine Zivilisten ich muss halt sagen ob du tot bist weil fuck was eben ist fuck also entschuldigung ja hat er auch noch einen hat er auch noch einen tja schau der streamt da kannst du auch in Chatland lesen liest dich im Fernsehen im Stream ahja ich sehe so Details weißt du sind cool halt irgendwas haben wir übersehen aber ich glaube wir sind noch nicht fertig oder glaub ich nicht glaub wir müssen noch rundherum gehen ja schau das auch auf warte da ja was sag ich es sind so kleine wie ist der bedeutet die Cosplay pumpen da kannst du da durchschauen alter das schaut aus wie Triple H kannst du da durchschauen mit deiner Kamera ah warte mal schau mal so wenn mein Wiesn da sitzt nein ups da kommt einer ran glaub ich hab ihn glaub ich hab ihn so scheiße ich hab die Steuerung noch nicht so B macht ist das was B? nein du hast links unten gell die Zeichen links unten hab ich nur G und C genau aber G ist zum Beispiel Granate C ist Dings und N und L gibt's dann noch bei mir aber es gibt auch andere Sachen aber ein Lightstick ah genau vier fünf und ab da fünf ich würde mal verhaften da draußen jetzt nein ich kann nicht durchschauen nein ich kann nicht durchschauen das ist Talk roger das continue with your mission Ich würde mal sehen es geht nicht durchschauen nicht durchschauen stecke superb Bogen des kleines vom dem der ist der Was ist das? Hast du das gleiche Lenkrad wie ich? Hast du alles mein Lenkrad? Deine Pizza auch? So, ok. Ich glaube die Wohnung ist safe. Aber bei dir war noch irgendwo eine Wohnung gegenüber oder? Ja. Die oder? Die da. Ah. Okay, da bist du überhaupt sicher. Ich hab da eine Geißel. Das müssen wir übersehen haben. Den Hauptverdächtigen haben wir noch nicht. Nein. Ja, ich komm gleich, Daniela. Ja, warte, ich muss zu kurz weg. Warte vielleicht auf mich. Oder wenn du glaubst, das ist sicher dein Gehalt. Okay. Langsam vor. Gehen wir noch mal ganz runter. Ich glaube wir waren in der Haupt, glaube ich noch nicht. Nein, sicher. Geh das einfach! Hände am sagt. Hände am Kopf. Hände am Kopf. Hm. Opa, da war ich nicht los, dass das geht. So. Wenn er einen Anruf von Frau und Kind kriegt, musst du kurz telefonieren. Aber was haben wir übersehen? Wo bist du? Ich bin in der unteren Wohnung jetzt. Nochmal. Da geht's nochmal rauf. Da ist ein Schloss davor. Okay, komm schon. Na, ich dachte, ich kann das Schloss weg schießen. Achso. Oder ist das nur Fake? Dann ist es zu, wenn es zu ist. Das heißt, da kann man nicht durch. Nein, normal steht dann eben, dass du öfter entsperren musst, oder? Ich weiß nicht, da bin ich los, oder das geht nicht. Aber hier ist ein Schloss. Da kann man irgendwas drücken? Also, da steht, dass man entsperren kann, öffnen kann. Da hab ich zu. Da, oben. Nein, 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 kann man nicht. Nein. Da hab ich gesagt, dass man zu liegen versteht. Und dann, nochmal in die Wohnung. Die kann man da auch nicht aufmachen. Da war man nicht gründlich krank. Nein, das war gar nicht. Entry Team für Talk. Der Suspekt ist bledig. Needs Mediziner Hilfe. Come in. This is Talk. Copy. Wie kämen? Haben. Ah, okay. Wo war der? Eh noch in den Talk-Raum. In den Streamer-Dings. Echt? Den haben wir da nervös sehen. Er ist tot, aber wer mich nicht verhaftet. Achso. Okay, das ist schlecht. Denn du musst wirklich alle verhaften. Nein, den einen musst du verhaften. Ja, aber meine ich ja. Du musst den wirklich verhaften, wenn es steht verhaften. Genauso wie Zivilisten. Zivilisten musst du auch alle verhaften. Reicht nicht nur zu sehen. Aber da habe ich jetzt nur zurück zum Menü. Das sage ich, weil ich der Host bin. Achso, da muss ich quasi warten, bis du das machst. Genau. Ah. Ah, okay. Aber du hast den Zivilisten gedacht, oder wie ich das?